Also sind die Videos auf YouTube und so? Ab 10 Minuten könnt ihr Werbung schalten. Die kriegen wir locker hin. Die kriegen wir locker hin. Solange wir überlegen. Musik Du hast aufhören. Endlich. Ich. Fangen wir mit dem Tor an oder wie waren wir jetzt? Ja, kommen wir mit dem Tor raus. Was war denn mit dem Tor? Nein. Marc-André Tessing. Ben Leno. Dann fangen wir mit... Henrichs. Armin Younes. Boah, der hat ja irgendwie auch. Rudi. Sebastian Rudi. Sebastian Rudi, sorry. Kerem Demi bei. Dann nehme ich mal... Einer auf denen hast du viele aber. Oh, das stimmt, ich hab gar nicht gehabt gehabt. Joshua kenn ich. Wie kannst du meine Gedanken lesen, Alter? Timo Werner. Die Legende Sandro Wagner. Toni Rüdiger. Julian Draxler. Jetzt nimmst du mal das, was ich nehmen will, ja. Der war nicht dabei, ne. Den ich jetzt auch mal zum Ursch. Äh. Er hat ja links gespielt, ja. Jonas Hector. Ist gut dran Mustafi. Der war ja auch gut. Vier. Drei. Zwei. Marvin Plattenhalt. Krass. Das war krass. Das war krass von dir. Das war richtig krass, ne. Aber Niklas Silo war auch dabei. Und jetzt selbe Situation. Ich fang echt an zu schwitzen, ja. Ich sag's dir, wenn du jetzt einen finden würdest. Ich wüsste keinen. Okay, dritter Torwart. Den geben wir jetzt. Wer war denn dabei? Ja, da bin ich ja. Der Dings war nicht dabei. Kevin Trapp. Kevin Trapp, sag ich. War der dabei? Krass. Krass. Das ist stark. Ich geh jetzt einen Schritt zugleich. Wie viel Zweifel hat er? Ich hab auch keine Ahnung mehr, ne. Wir hatten, was hatten wir im Mittelfeld? Encore im Mittelfeld. Karen Demir war im Mittelfeld. Diche im Mittelfeld. Ähm. Sebastian Rudi im Mittelfeld. Vorne war Sandro. Timo. Lars Stinde. Na klar. Der hat zum Sieger geschossen, ey. Ja, korrekt. Ich hab angefangen, wenn es jetzt umfällt. Ich bin wieder verarscht, ne? Warte, warte, warte. Das ist ein Argument, aber... Einfach jetzt mal kurz denken. Rechtsverteidiger fehlt da, ne? Es ist kein gelernter Rechtsverteidiger, aber er hat ein paar Mal auswitzweise Rechtsverteidiger gespielt. Ob in einer... Ich hab's, Bruni. Ich hab's. Ich hab's. Ginter. Das. Mazzao, Junge, der war für dich Mazzao. Ja, dass ich verdienst. Ich hab's. Ich hab's auch schon rot bekommen. Ja, in Paris sag ich immer. Echt? Haben wir zu lange gespielt? Ja, ich glaub. Das war... Das war mein zweites Spiel. Ja, aber ich hab's. Das erste Spiel war sterben gespielt. Ja, ist ja egal. Wir haben ja hier gegen... Dortmund haben wir ja auch gegen Paris. Ach so, da warst du ja nicht mehr verletzt? Ne. Das zweite war. Okay. Nicht, dass wir das erste Ding sagen und das ist schon falsch, Alter. Das wär echt... Digga, es gibt noch 27 richtige Anzahl. Ja, ich weiß. Ich weiß. Leverkusen. Ähm... Eintracht Frankfurt. Ich dachte, du warst verletzt nach Leverkusen. Ja, aber da haben wir mit Leverkusen zusammen gespielt. Woher weißt du das? Weil du ein Tor gemacht hast, wo du gegen den Pfosten geschossen hast, ne? Ja. Ja. Wurde. Eben, haben wir jetzt gespielt. Hertha BSC. Du hast jetzt auch das letzte Mal kurz zu überlegen. Ähm... Paderborn. Was war was Kant? Ich dachte schon irgendwie... Hast du gegen Wolfsburg gespielt? Ja. Hast du gespielt mit dem Tor? Ja, danke. Warte mal. Das ist gar nicht schwierig, wenn man sich das absprechen kann. Aber ganz kurz, wenn er jetzt ausgewechselt worden ist und ich bin reingekommen, was ist dann? Ja. Ihr müsst zusammen auf dem Platz gespielt haben. Für mindestens eine... Wow. Guck mal, das ist jetzt kritisch. Das ist jetzt clever, ja. Ich weiß nicht, ob wir gegen Wolfsburg jetzt... Ich weiß nicht, ob wir gegen Wolfsburg jetzt... Ich weiß nicht, ob wir vor zwei Wochen haben wir auf dem Stadstab, oder? Zum Beispiel. Ich weiß es nicht mehr. Ich weiß es noch. Okay. Es ist gut, dass du es sagst. Okay. Weil mit Leverkus damals... Hab ich nicht gegen Wolfsburg gespielt. Irgendwie zweimal. Und wenn ich jetzt Wolfsburg sagen würde und es wäre falsch, das wäre echt bitter. Mhm. Weißt du? Ja. Deswegen reihe ich trotzdem Wolfsburg. Richtig. Wie lange hast du gespielt? Vor zwei Wochen? Bis zum 60. Du bist in der Hälfte Reihe gekommen. Ja, das wäre ja. Warte, meine Nationalmannschaft sieht auch? Ah. Da habe ich gar keine Ahnung. Werder Bremen. Ja. Aber warte, ich habe es doch schon Bremen gesagt. Nicht als Antwort bisher. 20 Stunden später. Okay, ich sage jetzt einfach irgendetwas, okay? Freiburg. Ja, ist auch dabei. Boah, das hat mir gerade Angst gemacht. Wie lange hat der da gesucht? Ich gehe jetzt auch ins Risiko. Schalke 04. Das war das erste Spiel, das wir jetzt zusammen gespielt haben. Das war mein Debüt. Ja? Da war ich mir nicht sicher, ob du da noch am Platz standst. Aber ich glaube, du hast ein levakoniertes Spiel gespielt eigentlich, oder? Ich weiß gar nicht. Ne, am Anfang haben wir schon gespielt. Also, ja, doch, Wodokam, was habe ich gespielt, ja. Ich habe mir schon ein paar Mannschaften gesagt. Ich sage einfach Bayern München. Ja, klar. Ja, klar. Nicht zu weit. Brüssel, Dortmund. Auch dabei. Ja, Mann. Hannover. Das wusste ich jetzt gerade noch. 1. FC Nürnberg. 1. 2. 2. 2. 2. 2. 3. 2. 3. 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 Das Erste stand nicht auf dem Platz, das Zweite war Chile, da stand ich nicht auf dem Platz. Gegen Kiel warst du aber auf dem Platz. Meinst du? Gegen Kiel hast du gespielt, ja. Chile, Chile. Gegen wen haben wir im Halbfinale gespielt? Gegen Mexiko, glaube ich. Ich sag Mexiko. Hast du im Finale gespielt? Das ist jetzt echt kritisch. Aber ne, geh mir mal wieder zur Bundesliga. Das ist ein bisschen einfacher, das ist zu kritisch, diese Nationalmannschaft ist ein bisschen kritisch. Wer war da noch in der Liga damals? Bayern, Dortmund, Leverkusen, Schalke hast du gesagt. Bremen, Nürnberg, Hannover. Freienburg, Augsburg haben sie gesagt. Gladbach. Ich hab noch nen heftigen. Gladbach. Gladbach ist krass. Fällt nur der Name gar nicht ein. Ich glaube. Du glaubst. In der Nationalmannschaft gegen Estland hast du ne rote Karte bekommen. Ganz schnell. Ja. Und da standen wir gemeinsam noch umsetzen. Hast du im Halbfinale gespielt gegen Mexiko? Ja, hab ich ja gesagt. Aber musst du ausgewechseln? Ne, ich wollte eingewechseln. Ok, dann haben wir zusammen gespielt. Ja, wir haben zusammen gespielt in Mexiko. Achso. Wir haben schon gesagt. Dann wird dann ein Punkt für Julian. Achso, ne, der hat doch schon gesagt, Mexiko. Aber nicht deine Antwort. Ne, der hat ja schon gesagt. Ok, dann brauchen wir neue. Komm, das war meine Antwort. Ja. Julian Brandt. Ist dabei, ja. Ich hätte auch immer gerne geholfen. Mario Götze. Emre Can. Ja. Ähm, Kai Havert. Bu alte Dings gewonnen, ja. Der muss gewonnen. Jule Draxler. Ja. Jetzt ist es schon interessant. Das gibt es halt auch nicht so, also das gibt es schon ein bisschen länger, aber jetzt auch nicht so krass lange. Ähm. Oha. Ich weiß, dass einer von den beiden Benders gewonnen hat. Ah, welcher? Ja. Das ist die Frage. Ich tipp auf Lars. Das ist korrekt. Ja. Krass, ne? Ich hatte auch irgendwann mal so eine Zeitschrift, wo alle Gewinner drin standen, die ich mir einmal durchgeblättert. war schon ein paar Jahre her. Ja. Das ist wie in der Schule, ich habe nie gelernt. Aber zum Beispiel in deinem Jahrgang. Ja. Ja. Hattest du gewonnen. Ja. Und danach? Und danach weißt du nicht? Das Jahr danach? Doch, ich glaube jetzt. Aber ich bin mir nicht sicher. Den habe ich auch gerade genannt. Das war auch gerade mein Joker. Ginter. Ginter. Ja. Stimmt. 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 Ich gehe jetzt mal. Ich gehe jetzt mal. Gab es nicht mal einen Spieler, der Goldgur, der FCF hieß? Wie hieß das? FCF? So ähnlich, aber... Wie hieß der? FCF gar nicht. Wie hieß der genau? Evjuski. Ah, okay. Wie hieß'n das? Weiß es nicht. Ich habe den irgendwann, der habe ich noch in meinem Kopf. Ah, eins. Ich habe gerade überlegt, weil die zwei... Überlegst du auch gerade, ne? Ich weiß nur die zwei. Ich auch. Die haben wir gerade sogar genannt. Dann sag das zwei. Oh, fünf. Sechs. Sieben. Acht. Zehn. Siebenzwanzig. Aha, elf. Achtundzwanzig. Dreizehn. Sechsenzwanzig. Ja, weil du jetzt so kreuz und quer machst, dann vertippe ich mich gleich. Das ist meine Strategie. Die Strategie. Vierzehn. Warte mal ganz kurz, ich muss jetzt so überlegen. Ich bin ja im Winter gekommen, ne? Und da gab es ein paar Nummern zur Auswahl. Und die haben mich ja vorgeschlagen. Eigentlich müsste ich das Spiel gewinnen. Weil ich weiß es. Sechs. Dann leg mal los. Dreiundzwanzig. Guck gar nicht, das ist... Da gibt es dir hundert Prozent. Ähm, sechzehn. Achtzehn. Einfach diese Leere im Kopf. Ähm, neunzehn. Guck gar nicht. Jetzt wird's... Die Zwanz hat keiner. Doch. Ne. Ich sag dir, das ist keine Antwort, ne? Das ist ja geil. 29, na klar. Echt? 30. Klar, Schmelle. Schon 19, ja. Ähm... 32. 30. Gio. Ich weiß nicht, ob ich es schon gesagt habe. Ich weiß nicht. 22. Das hab ich nicht vor allem noch nicht gesagt. Mathe? Mhm. 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 Hast du die 15 gesagt? Naja. Ich glaub nicht. Ich bin die 15. Ja, klar. Die waren auch noch. Schatz, Stauspieler. Wenn du 27 gesagt hast und dann 26 und 29, dann 28. Hast du gesagt? Ja. Ja. Scheiße. Dortmund. Das ist so geil. Wir überlegen so lange. Ich weiß nicht. Macht ihr solche... Also sind die Videos auf YouTube und so? Ab 10 Minuten könnt ihr Werbung schalten. Die kriegen wir locker hin. Die kriegen wir locker hin. Solange wir überlegen. Ähm... Bremen. Ja. Frankfurt am Main. Ist die Stadt, wo ich wohne. Köln. Berlin. Hamburg. München. Düsseldorf. Köln. Köln. Was? Hab ich gesagt. Aber du hast Köln gehört. Eben. Yes. Ey, Junge. Imre. Prozentriere mich einfach. Köln. Ich? Deutschland. Portugal. Ähm... Griechenland. Ähm... The 4 debut儿 war ich jetzt. Spanien. otes Frankreich? Das ist nicht einfach, ne? Wie der immer guckt, wenn der überlegt. Wie so ein Brett, ey. Ich weiß auch nicht. Wenn ich dir irgendwas sage und das ist... Ja, ich weiß auch nicht, ich musste zocken. Frankreich wüsste ich gar nicht. Italien. Krass. Jetzt bin ich mal gespannt, was du sagst, ey. Ich bin nicht mal gespannt. Ja, ich überleg England, aber ich weiß nicht genau. Ich hab noch nie gewonnen, sagst du gar nicht. Irgendwas gibt's schon, England, Holland. Wir hätten auch gute Mannschaft. Dann sag mal irgendwas. Ich sag mal Holland. 88. Dieser Moment, wenn man realisiert, dass der Tipp richtig war und man selber wieder dran ist. Ich muss das sagen, England. Wir sind noch nie Europameister geworden. Wir sind schon mal Weltmeister geworden. Dänemark, ne? Hat mich schon dröscht. Und ist UDSSR auch, ne?